Wie viel hab ich denn? 5 Guck mal wie schnell das da ist Hol mich einfach hier raus, ich flehte ich an! Ich habe Familie! Ah Hol mich einfach hier raus, ich flehte ich an! Ich habe Familie! Alles was du willst, lass mich einfach nur raus! Womit haben wir das verdient? Ah, das sieht nix! Alles was du willst, lass mich einfach nur raus! Ich hab keine Dietrich hier mehr Ich wüsste doch nicht wer den Schlüssel hat Schau ich mal durch, aber... Wer könnte den denn haben? Normal müsst ihr ja denken, dass es einer markiert wäre Was war das? Das weiß ich nicht Häpp! So ne grazielle Elfe! Hm Hm Ne, hier will ich nicht lang! Ich hab keine Ahnung wer den Schlüssel hat Ich weiß nur wer grün ist, okay Guck mal dass ich ihn... Ach mann Haierchen! Hast du noch was zu blinder für mich? Na bestimmt! Und so eins... Und zwei da vorne... Ja... Eine Fensterscheibe? Auch nicht, ne? Das ist natürlich jetzt blöd Ohne das kann ich nicht knacken, welche Schlossdinge hat das? Nur eins sogar! Ja, soll ich noch welche holen eben fix? Wo will hier heute denn der... Nächste da vorne? Ja, ich brauch welche! Das Gute ist ja, wir können ja rein und raus Wir haben eigentlich sämtliche Wege frei gemacht Ich nehm jetzt einfach mal... Den Weg jetzt geradeaus hier Und kauf mal den fix ein Wo ist alles ruhig? Guck mal, die können sich in Ruhe unterhalten und wachen Die können ja einfach lang schlendern Können wir doch gleich den Vordereingrück nehmen Das geht ja auch relativ fix Zack, zack, zack Oh, guck mal, guck mal, wir haben noch eine Truhe Ah, das ist natürlich wie so ein Palast einnehmen Ist nicht ohne Später haben wir es denn? Ja, okay Na gut, hab ich gesagt, ne? Nee So schnell bringe ich mich scheinlich um Ich brauche noch einmal Platz hier Platz, 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 Platz Vorsicht! Ich darf jetzt nicht versteckt sein, ah, da ist er Kontakt Ich wollte gerade sagen, kann ich hier nicht einkaufen Ach, ich brauche keine Kirschbombe, ich brauche keine Munition Kann ich auch füllen Berserker-Falle weiß ich nicht Medizin habe ich noch Dolche Medizin Dietrich Dolche sind es ja nicht Quietsch, quietsch! Fatum Kling Ah Berserker-Kling Und äh Ich könnte Ich könnte Extremerweise einfach mit den Mit dem Mörser diese Masse da rein سے Roma inizen mitnehmen Aber nöeh Es ist zu hart Ja, heul nicht rum, was soll ich denn machen? Sag mal, wo ich den Schlüssel kriege, wenn die dort ist. Die Wache hat ihn nicht gehabt. Und ne Markete-Wache hab ich auch nicht. Er hat immer zwei dabei. Na gut, ich kümmere mich jetzt um den Mann da oben. Wer ist am schnellsten. Gehen wir eben durch die eine Tür, können wir uns eben um die drei wachen. Wage, wage, wage. Ja, ich weiß, ich hab noch Punkte, aber die kann ich nicht verteilen. Ich glaube, ich hab nichts zum Verteilen habe. Oh. Nein, ich... Kannst du bitte runter? So. Und ab an die Tür. Hat der nur ein Schloss? Ist jetzt mit einem größer? Oh. Ey, diese scheiß CPU-Auslastung, ne? Das führt doch mal zu Lags. Äh, eh, ne, 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 wagen raus. Fang den Seemon aus dem Fluss. Guck weg. Guck weg, oder ich räume dir ein Messer in den Rücken. Guck jetzt weg! Alter. Lass mich trollen. Hier räume ich noch ein Messer in den Rücken, ich schwör's dir. So, ab. Na, was hast du zum Plündern? Hoffentlich niedrige. Da brauch ich schon mal wieder, weil's hier vorn. Ich weiß nicht, warum ich so wenig hab. Ich hab doch vorhin... Ach, das kann, wie gesagt, auch in den Ausrüstung liegen. Okay, ich hätte einen Fenster-Eingang gehabt. Äh. Wo ist die Karte, ihr kleinen Penner? Oh, jetzt verliert der auch noch oder was? Das ist jetzt noch nicht die fette Aufruhr, ist. Äh, mische ich mich mit ein? Einfacher Trick. Ein bisschen gekostet dann Geld wieder, aber... Ich glaube, das ist schon okay. Boah. Nervig. Nervig. Doppelhoch drei. Ey. Will die CPU mich jetzt verarschen oder so? Geht doch. Mein Gott. Wo will er hin? Hoffentlich kann er irgendwo machen. Okay, wenn er jetzt flieht. Ähm. Äh. spiel ich glaube das spiel ist eingefroren ja muss ich kurze pause machen sehen wir uns wieder